Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Diese Worte, liebe Zuschauer, kann man in jeder katholischen Trauung hören. Aber, Herr Pfarrer Fink, diese Worte rufen ja eine tiefe Sehnsucht in uns wach, wahrscheinlich fast in jedem Menschen. Aber die Realität unserer Ehen ist doch eine ganz andere. Warum eigentlich? Die tiefe Sehnsucht, von der Sie gesprochen haben. Jeder Mensch sehnt sich danach, einen Menschen zu haben, dem er sich ganz anvertrauen, schenken kann. Jeder Mensch sehnt sich im Letzten danach, einen Menschen im Leben zu haben, von dem er sich ganz angenommen weiß. Letztlich ist es die Sehnsucht nach einer gelungenen Liebe. Und jeder Mensch spürt, das wäre die Quelle von Glück, von Freude. In diese Sehnsucht ist natürlich eingebettet, diese Anziehungskraft zwischen Mann und Frau. Johannes Paul II., der Papst, der Große, er hat davon gesprochen, dass diese Anziehungskraft eingebettet ist in diese Sehnsucht. Und dass es eigentlich die größte Kraft ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und Sie haben davon gesprochen, ja, die Sehnsucht, die wachgerufen ist. Ich möchte sagen, es ist eigentlich weniger der Mensch, der diese Sehnsucht in sich wachruft, sondern ich glaube, es ist Gott selber und irgendwo die Weisheit Gottes. Der Mensch sehnt sich danach gerade in Partnerschaft, die Erfüllung seiner Sehnsucht zu finden. Aber Gott selber nützt diesen Weg, weil er den Menschen zeigen will, das, wonach du dich sehnst, das findest du eigentlich in mir. Und Gott wollte, dass wir durch ihn dieses Ziel, also in ihm dieses Ziel finden. Sie sind, Herr Pfarrer Fink, katholischer Priester, geboren im Allgäu und jetzt aber schon seit sieben Jahren tätig in Russland. Ziemlich im Herzen Russlands am Ural, in einer Stadt, die Beresniki heißt. Aber sie sind oft auch in den deutschsprachigen Ländern, weil man sie besonders schätzt, auch als Prediger, als Seminarleiter für die Themen Ehe und Familie. Jetzt wird aber manche unserer Zuschauer vielleicht sagen, ja, was kann denn so ein katholischer Priester, der ja, wie man weiß, zölibatär lebt, was kann die Kirche eigentlich über die Realitäten in Ehe und Familie wissen? Natürlich bin ich als Priester in vielen Bereichen nicht derjenige, der von einer ganz persönlichen Erfahrung sprechen kann, die Sexualität in der Ehe. Auf der anderen Seite sind es vor allem zwei Punkte. Die eine Quelle, aus der wir schöpfen, das ist unsere seelsäugliche Erfahrung. Gerade der katholische Priester genießt das Vertrauen der Leute, weil er nicht am Abend jemanden hat, dem er dann alles weitererzählt. Wir haben die Beichte, wo sich die Leute aussprechen und ich muss sagen, 50 Prozent aller Gespräche, die drehen sich darum, wie gestalte ich meine Partnerschaft, welche Probleme habe ich darin. Bei jungen Leuten ist sehr oft diese Probleme und Fehler, die sie machen, bei der Partnersuche, soll es weitergehen, soll es nicht weitergehen. Und dann die ganzen Fragen der Sexualität, die doch ausgesprochen werden, weil der Mensch auf der einen Seite seine Schwächen spürt, er fühlt in seinem Gewissen, was nicht richtig ist und spricht sich mit dem Priester aus. Warum will eigentlich die katholische Kirche die Leute immer zum Heiraten bringen? Nun kann man doch in den westlichen Ländern zumindest ganz gut auch alleine leben. Und man weiß ja nie, was wird, wie man sich selber weiterentwickelt, wie sich ein Partner weiterentwickelt. Da hätte man es doch viel einfacher. Man lebt vielleicht zusammen eine Zeit lang, aber man bindet sich nicht so fest, dass es nachher auch so schwierig ist, sich wieder zu lösen. Ja, die katholische Kirche, sie gibt nicht irgendwo menschliche Weisheit wieder. Und wenn ein Priester über Ehe spricht, dann sind es nicht menschliche Ratschläge. Wir haben als großen Schatz die Offenbarung Gottes. Und wir sind überzeugt, dass Gott uns seinen Plan, seinen Willen geoffenbart hat. Und unsere Aufgabe ist es, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten und ihnen zu helfen, ihre Berufung zu entdecken. Unsere Überzeugung, die erste Berufung des Menschen besteht darin, Gott abzubilden in der Gemeinschaft der Ehe und in der Familie. Als in der Bibel berichtet wird, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Gott wird hier genannt im Plural. Wir schaffen den Menschen. Und der Mensch wird geschaffen als Mann und Frau. Und so sehr jeder einzelne Mensch als Person mit seinem Ich-Bewusstsein, mit seinem freien Willen, mit seinem Ich-Bewusstsein Abbild Gottes ist, mehr und vollkommener ist der Mensch Abbild in Gemeinschaft. Und das wird verwirklicht in der Ehe. Und diese Gemeinschaft soll gehen, wie es ja in dem Trausspruch, den ich eingangs zitiert habe, heißt, bis zum Tod. Das bürtet einem doch aber eine große Verantwortung auf bei der Partnerwahl. Und Sie haben ja schon gesagt, in der Beichte, in den Gesprächen, die die Gläubigen mit ihrem Priester führen, da ist das oft ein wichtiges Thema. Wie finde ich den richtigen Partner? Gibt es denn den richtigen Partner für jeden Einzelnen, der ihm vielleicht schon vorausbestimmt ist, nach der Lehre der Kirche? Ich denke, dass es da große Missverständnisse gibt. Tatsächlich schwirrt es immer ein bisschen so herum, dass die Menschen der Meinung sind, es gibt einen Partner, den hat Gott für mich geschaffen, und dann sind sie ein ganzes Leben lang auf der Suche, diesen Partner zu finden, wie die zweite Hälfte, die so die Ergänzung darstellt. Von unserem christlichen Glauben her müssen wir sagen, natürlich gibt es Menschen, die mehr zu mir passen oder weniger. Und wenn ich jetzt mich auf diesen Menschen einlassen würde, dann ging es vielleicht leichter. Oder wenn ich einen anderen finde, dann wird es bestimmte Probleme das ganze Leben lang geben. Und dennoch, es ist einfach nicht so, dass Gott für mich einen bestimmten Partner geschaffen hat, sondern nirgendwo eigentlich achtet Gott die Freiheit des Menschen mehr, als in diesem Punkt. Und wenn dann Leute sagen, ich habe den Partner nicht gefunden, zeig mir doch, wen hast du für mich geschaffen, dann sagt der liebe Gott, ich habe alle für dich geschaffen, du musst nur einen auswählen. Und wenn ich dann jemanden auswähle, können wir sagen, es ist so ähnlich wie bei diesem Petruswort, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Wenn ein Mensch diese freie Entscheidung trifft, einen Partner annimmt, dann stellt sich Gott mit seiner ganzen Allmacht dahinter, dass dieser Weg gelingt. Und je nachdem, welchen Partner ich wähle, so sieht dann meine Lebensaufgabe aus. Also man kann darauf vertrauen, dass auch wenn man einen Partner gewählt hat, der einem nun besonders viele Schwierigkeiten macht, mit denen man vielleicht vorher gar nicht gerechnet hat, dass auch dann Gott zu seiner Zusage steht, ich bin dabei, wenn ihr kirchlich-sakramental geheiratet habt. Ich bin dabei und auch diese Ehe kann gelingen. Natürlich. Das ist unser großer Glaube. Wir dürften dieses Ja-Wort, das Sie am Anfang gesprochen haben, überhaupt nicht aus menschlicher Sicht ernsthaft sprechen, weil wir wissen ja nicht, wie sich das alles weiterentwickelt. Wir können es nur in dem großen Vertrauen darauf, wenn ich diese Ehe mit Gott führe, mit Gott lebe, da möchte ich auf die Eingangsfrage nochmal zurückkommen. Sie sagen, warum eigentlich sieht die Realität der Ehe so anders aus? Weil wir glauben, Ehe ohne Gott verwirklichen zu können. Es geht nicht. Gott ist die Liebe und wenn sie gelingen will, muss ich Gott hereinnehmen. und es ist auch so mit der Frage Gottes in der Ehe. Es geht nicht nur darum, dass ich sage, ich muss beten, damit Gott mir hilft, jetzt zum Beispiel wieder geduldig zu reagieren, damit es keine Ehekrise gibt. Es geht auch darum, dass ich immer den Blick auf Gott habe, als der Einzige, der meine Sehnsüchte wirklich stillen kann. Und mein Partner ist nur ein kleines Geschenk, ein kleiner Teil in dem Großen, was Gott mir anbietet. So überfordere ich den Partner nicht, was oft das größte Problem in der Ehe ist, weil man alles, wonach das Herz sich sehnt, von diesem Partner erwartet und ihn dadurch überfordert. Diese Sicht nimmt ja schon einmal viel Druck auch weg, den man in der Ehe haben könnte, wenn man denkt, alles hängt davon ab, alles hängt vom Partner ab. Nun ist es ja nicht so leicht mehr heute wie früher mit der Partnerwahl. Vor 100 Jahren vielleicht noch, da ist man kaum aus dem eigenen Dorf herausgekommen. Man hat einen begrenzten Kreis an Auswahl überhaupt gehabt. Heute aber, wo die Menschen mobil sind, man sieht ja so viel. Und auch im Fernsehen wird einem viel gezeigt. Und man ist mal von dem hin gerissen und mal von jenem. Und dann sagen sie, Gott gibt die völlige Freiheit, jemanden auszuwählen. Aber da ist man ja auch ziemlich allein. Kann man denn dann Gott wenigstens um Hilfe bitten, dass er einen ein bisschen an die Hand nimmt und einem vielleicht in Frage kommende Partner auch zeigt? Ja, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und es ist eine der wichtigsten Aufgaben auch im religiösen, geistlichen Leben, dass wenn ich diese entscheidende Lebensfrage beantworten will, möchte ich heiraten, wen möchte ich heiraten, dass ich hier die Hilfe Gottes mit einbeziehe. was Gott gefällt und was er belohnt. Wenn ich wirklich ein Ideal im Herzen trage und sage, lieber Gott, hilf mir, dass ich einen Partner finde, mit dem ich die Ideale einer christlichen Ehe verwirklichen kann, der mich versteht, wo wir Treue bis zum Lebensende durchtragen können. Und wenn ich auch sage, ich möchte eine heilige Familie gründen, ich brauche einen Partner, der mit mir zum Beispiel betet, wo das religiöse Leben das Herz unseres Familienlebens bildet. Wenn ich ein solches Ideal habe und sage, Gott, das will ich wirklich und das in die Hände Gottes übergebe, hilf mir, einen solchen Partner zu finden. Meine Erfahrung ist, jetzt bin ich doch über 20 Jahre Priester, Gott belohnt es und beantwortet es, steht auch zur Seite. Ein anderer Punkt noch, oft kommen junge Leute zu mir und sind unsicher und ich gebe oft diesen Rat. Probier es einfach aus. Lass dich mal auf diesen Partner ein, so wie wenn du wirklich jetzt vorhättest, mit ihm ein ganzes Leben lang zusammenzubleiben. Und sag dem lieben Gott, wenn es nicht dein Wille ist, dann nimm ihn mir weg, spick ihn aus meinem Leben. Einfach zeig mir, dass das nicht mein Partner ist. Und das ist wirklich ein ganz guter Rat. Meistens, sobald junge Leute sich dann darauf einlassen, zeig es Gott direkt, das habe ich nicht gewollt. Und solange sie sich nicht darauf einlassen, bleibt es immer in der Schwebe und sie kommen nicht zu einer Entscheidung. Aber dieses Ausprobieren soll sich nicht auf alle Bereiche erstrecken, nicht auf den Bereich der Sexualität. Ausgerechnet sagt ja die katholische Kirche. Nun ist die Sexualität ja ein besonders wichtiger Teil auch der Ehe. Warum soll man aber ausgerechnet das nicht ausprobieren? Das ist eine ganz entscheidende Frage und die katholische Kirche verweist hier einfach auf die Weisheit Gottes. Natürlich ist die Sexualität auch ein besonderer Ausdruck von Liebe. Aber sie ist eben auch mehr. Es ist der Schritt, wo ich dann eintrete in die Teilnahme an der Schöpfung, Weitergabe des Lebens. Und bei aller Diskussion über die Verhütungsmittel hin und her, grundsätzlich muss ich sagen, jeder Mensch hat ein Anrecht, Mama und Papa zu haben. Und Gott hat es einfach so uns vor Augen gestellt als seine Ordnung in der Schöpfung, die allein den Menschen glücklich machen kann, dass ich auf diesen letzten Schritt einfach verzichte bis zu dem Augenblick, wo ich sagen kann, wir bleiben zusammen und wenn wir Leben weitergeben, dann hat unser Kind Mama und Papa für sein Leben. Auf der anderen Seite, wenn es um diese Weisheit Gottes geht, wir sind durch die Erbsünde gezeichnet, gebrochene Menschen. Und das bedeutet, gerade die Sexualität hat auch diesen Zug des Egoismus. Das heißt, der Mensch hat irgendwo Angst um sich selber, sucht etwas für sich selber. und deswegen ist es eine prinzipielle Aufgabe des Menschen, fundamental, die heute in der ganzen Gesellschaft eigentlich nicht erfüllt wird, dass wir die Sexualität so formen, dass wir diesen egoistischen Zug überwinden und fähig werden, in der Sexualität sich hinzugeben und wirklich zunächst mal das Glück des Anderen zu suchen, sich auf den Anderen einzustellen. Und da sagt die Weisheit Gottes, wir können die Sexualität nicht so formen, ohne gelernt zu haben, sich zu beherrschen. Und die beste Schule, die Sexualität zu formen, ist dieses Ideal, dass ich sage, bis zur Ehe möchte ich auf sexuelle Vereinigung verzichten. Warum? Damit ich dann fähig bin, die Sexualität als Ausdruck der Liebe in der Ehe zu leben. Wir werden auf dieses Thema Sexualität noch besonders eingehen, dann in einer der folgenden Sendungen. Jetzt aber haben wir den richtigen, mehr oder weniger richtigen Partner gewählt und wir sind in der Ehe. Jetzt haben wir viel gesprochen über Partner, Partnerschaft und so weiter. Das sind ja eigentlich Begriffe, die aus dem Wirtschaftsleben kommen. Die Kirche spricht ja eigentlich weniger von Partnerschaft, sondern von einem Ehebund. Und ist das denn dasselbe oder was ist der Unterschied? Ja, wenn wir jetzt von Partner sprechen, zunächst mal deshalb, weil wir nicht jedes Mal Mann und Frau sagen wollen, sondern beide im Blick haben wollen. Aber natürlich ist Partnerschaft oder vertragliche Verbindung etwas ganz anderes im wirtschaftlichen Leben als im Ehebund. Und da sieht man eben den Unterschied zwischen weltlichem Denken und christlichem Ideal. Im wirtschaftlichen Ebene, Vertrag, da geht es immer darum, dass ich die Eigeninteressen mal formuliere und durch einen Vertrag absichere. Und auch so, dass ich irgendwo mit einbaue, wenn jetzt mein Partner, Vertragspartner, diesen Vertrag nicht so einhält, wie es festgeschrieben ist, welche, ja, ich möchte mal sagen, Kompensation dann zu erwarten ist oder Strafe und so weiter. Im Ehebund, da geht es ja eben nicht darum, dass ich jetzt versuche, Eigeninteressen festzuschreiben, sondern da geht es mir darum, ich habe einen Menschen lieb gewonnen und jetzt möchte ich diesem Menschen etwas Gutes. Natürlich hat es immer auch etwas für mich, das schreibt unser heiliger Vater Benedikt XVI. in dieser Enzyklika über die Liebe, Eros und Agape, dass er sagt, ohne diesen Eros, der auch für sich etwas sucht, bewege ich mich nicht auf den anderen zu, aber die Agape ist dann der Punkt, wo ich plötzlich nicht mehr mich im Blick habe, sondern den anderen und mich dem anderen schenken will, weil ich ihm was Gutes tun will. und Ehebund lebt davon, dass ich zu diesem Punkt gelangt bin, nicht für mich, sondern für den anderen mich hingeben will. Wenn ich zu diesem Punkt nicht gelange, dann darf ich eine Ehe gar nicht schließen. Also die vollkommene Hingabe ist damit verbunden. Das ist ja ein großes Risiko und ich glaube, heute sehen das viele so, sehen vor allem das Risiko, das damit verbunden ist, denn ich weiß ja nicht, wie wird der Partner sich in Zukunft verhalten? Wird er auch diese Hingabe leben oder wird er vielleicht meine Hingabe ausnutzen und selber gar nicht daran denken und nur seinen Vorteil suchen? Trotzdem bin ich dann ja an diesen Partner gebunden, nach kirchlicher Auffassung. Ein Risiko ist es natürlich, weil der andere Partner ein freier Mensch ist und ich bin darauf angewiesen, dass mein Mann, meine Frau wirklich demselben Ideal folgt, ansonsten werde ich ihn verlieren. Und von daher ist die christliche Ehe ein Risiko. Wir können von christlicher Sicht nur eines sagen. Deswegen ist es umso wichtiger, sich gut darauf vorzubereiten. Deswegen ist es absolut notwendig, sich darauf zu verständigen, welches Fundament wir haben, nämlich Gott. Ohne Gott geht es schief. Jesus sagt, gerade wo es um die Liebe geht, Johannes 14, 15, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Und dann spricht er davon, was ist das Höchste, die Frucht, die ich von euch erwarte. Niemand hat eine größere Liebe, als wenn er sein Leben hingibt für seine Freunde. Dann aber auch, sagt uns, unser christlicher Glaube, trotz dieses Risikos, es ist die Berufung, die uns zum ewigen Leben zur Heiligkeit führt, die auch mit einschließt, wenn ich den Partner verlieren sollte wegen Untreue, dass ich dann, gerade dadurch, dass ich ihm die Treue erweise, indem ich zum Beispiel allein bleibe, einen ewigen Schatz mir erwerbe. Und die Berufung geht weiter, auch über den Augenblick hinaus, wo dieses Risiko dann tatsächlich zum Scheitern führen sollte. Nun ist es ja klar, was wir verlieren, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir diese lebenslange Treue leben. Und das wissen auch unsere Zuschauer, man verliert natürlich die Chance zu spontanen Abenteuern zum Beispiel, zu dem immer neuen Anfang, zu dem Prickeln, das in jeder neuen Situation zwischen Mann und Frau auftritt, aber was gewinnt man denn, indem man dieses treue Versprechen abgibt? Ja, zunächst mal, man gewinnt Gott, man gewinnt die Ewigkeit. Aber wenn man auf der untersten Ebene das betrachtet, Sie sprechen da von dem Prickeln, jeder macht früher oder später die Erfahrung. Was hat man denn wirklich für sein Menschsein davon? Das sind ein paar Augenblicke von Befriedigung und dann ist es wieder vorbei. Ich habe mal in meiner früheren Pfarrei mit einem ganz erfolgreichen Geschäftsmann gesprochen, der sich auf Diskussionen eingelassen hat mit mir. Er hat mich angegriffen, wegen der Sexualhierde der Kirche. Dann habe ich ihm dargestellt, wie wir das sehen. Am Ende vom Gespräch hat er zugegeben, Also, ich muss ehrlich sagen, wenn ich an meiner Hand abzähle, wie oft meine sexuellen Beziehungen wirklich Ausdruck von Liebe waren, das sind weniger als meine zwei Hände. Alles andere in meinem Leben war reiner Sport. Das ist mal das eine zu diesem Prickeln. Auf der anderen Seite, der Mensch spürt, dass es mehr gibt. Und es ist einfach, wenn eine Beziehung gelingt und die neuesten Umfragen zeigen, auch im heutigen Deutschland, das ist für die meisten das Wertvollste, was es gibt, Geborgenheit in der Familie. Und ohne Treue, ohne diesen Verzicht auf das Alles, gibt es diesen großen Schatz nicht. Und das ist das, was wir gewinnen. Wir gewinnen eine Quelle von Glück und Freude in diesem Raum der gelungenen Beziehung, wo man füreinander da ist und wo man diesen gegenseitigen Austausch tagtäglich erlebt. Jesus hat ja sein erstes Wunder, von dem die Bibel berichtet, auf einer Hochzeit getan, die Hochzeit zu Kana. Und da hat er, das wissen vielleicht viele noch, wenn auch zum Teil noch von Ferne, da hat er aus Wasser Wein gemacht. Der Wein war irgendwie ausgegangen und Jesus hat dann Wasser in Wein verwandelt. Was soll uns denn dieses Gleichnis sagen? Ja, dass es das erste Wunder war, zunächst einmal, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um zu verwandeln. Und gerade wenn wir über Ehe sprechen, dann sehen wir, was wir Menschen mitbringen, ist eben Wasser. Das sind unsere Begrenztheitenschwächen. Und wir können eine Ehe nach dem Ideal Jesu nicht leben, in Treue, in gegenseitiger Hingabe, wenn er nicht dieses Wandlungswunder wirkt und aus Wasser Wein macht, das heißt etwas Göttliches. Wenn er seine göttliche Liebe nicht mit einbringt, gelingt es nicht. Dass er ausgerechnet es auf einer Hochzeit gewirkt hat, Wandlungswunder wäre ja auch anders möglich, ist sicher auch ein Zeichen. Es möchte uns sagen, wie wichtig für das Thema der neue Bund, Jesus, der erlöste Mensch, die gelungene Ehe ist, Hochzeit. Und Jesus spricht ja an, in dieser Stelle bei der Diskussion, ja, warum hat Mose denn erlaubt, bei Ehebruch eine Scheidungsurkunde auszustellen? Und dann sagt er, ja, nur weil ihr ein hartes Herz habt. Aber am Anfang war es nicht so. Gott hat den Menschen geschaffen. Der Mann verlässt Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Die beiden werden ein Fleisch sein. Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagt der Jesus noch viel mehr, nicht als mit der Kirche in Heirat, eigentlich schon mit dem Ein-Fleisch-Werden hast du von Gott her ein Zeichen gesetzt, das dich jetzt bindet auf ewig, also bis zum Tod. Und das erinnert an den Propheten Ezechiel, wo er sagt, der neue Bund, worin besteht er, dass Gott das Herz aus Stein aus eurer Brust nimmt und euch ein Herz von Fleisch gibt. Und wir müssen sagen, Jesus macht uns deutlich, daran wird man erkennen, dass der Erlöser der Messias gekommen ist, dass er bereits lebendig hier in der Welt wirkt, wenn die Ehe gelingt in Treue und gegenseitige Hingabe. Ein großes Ideal, das die Kirche da von der Ehe aufstellt. Die Kirche sagt ja auch, die Ehe, das ist nicht einfach irgendein Bündnis, das ist etwas ganz besonders Heiliges, ein Sakrament. Da steckt ja das Wort Heilig vom Lateinischen her drin. Was ist denn das Heilige an der Ehe? Zunächst würde ich mal sagen, jedes Sakrament ist etwas Sichtbares, das ist ein Sichtbares Zeichen und dieses Sichtbare Zeichen bringt natürlich etwas zum Ausdruck, was Gott wirkt, etwas Heiliges. Und er benutzt dieses Sichtbare Zeichen, um etwas Göttliches in die Welt zu bringen. Wenn wir die Ehe anschauen, da ist die Ehe als Gemeinschaft nicht einfach nur Abbild des dreifaltigen Gottes, der in sich eine Bewegung der Liebe ist, eine Gemeinschaft, sondern die Ehe ist das tiefste und höchste Zeichen für die Beziehung Gottes mit seiner Schöpfung. Gott hat uns dazu berufen, seine Partner zu sein und er möchte sich uns vollkommen hingeben. Und Gott hat die Schöpfung ins Dasein gerufen mit dem Ratschluss, diesem Bund ewig treu zu sein. Und im engeren Sinn, Jesus, der seine Kirche beruft, als seine Braut, wie die Bibel sagt, die ganz konkrete Ehe zwischen Mann und Frau ist immer auch ein Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Kirche. Und dieses Abbild ist zunächst schon mal etwas Heiliges, aber benutzt jetzt Gott als Werkzeug, um durch jeden einzelnen Akt von Liebe, Treue, Hingabe in der Ehe seine göttliche Hingabe, sein göttliches Leben, seine Liebe in die Welt zu bringen. Also die Ehe etwas, das über sich selbst hinaus wirkt, das sich auch heiligend auf andere, auf die Umgebung auswirkt, wenn man eben sieht, wie die Ehe gelebt ist und sich dann leichter vorstellen kann, wie Gott den Menschen liebt. Das sind sehr große Worte, ein großer Anspruch, den die Kirche mit der Ehe verbindet. Aber unsere Zuschauer wissen ja, Ehen werden vielleicht im Himmel geschlossen. Auf jeden Fall aber müssen sie auf der Erde gelebt werden und da kommen dann die offenen Zahnpasta-Tuben und der nicht heruntergeklappte Klodeckel und so weiter, die das Ganze dann wieder in Frage stellen. Über diese mühende Ebene werden wir in einer weiteren Sendung sprechen. Für heute ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fink, dass Sie bei uns waren. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Mitdenken und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Spirit, Leben mit Stil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.